Katrin Geißler. Ein hundsgemeiner Mord. Ein Fall für Tierärztin Tina Derten. Gelesen von Cordula Leiße. Der Tag hatte schlecht angefangen und ging weiter den Bach runter. Tierärztin Tina Derten stand kurz vor dem Ortseingang zu der kleinen Stadt Plön im Stau. In Plön, der Hauptstadt des gleichnamigen Kreises inmitten der holsteinischen Schweiz, am Nordufer des großen Plöner Sees, war es sonnig an diesem Augusttag, was Tina normalerweise freute. Doch heute nervte sie alles. In ihrem Isuzu-Pickup war es unerträglich heiß und die Klimaanlage hatte es bisher nicht geschafft, die Luft auch nur um ein Grad abzukühlen. Tina ließ alle Scheiben herunter, doch statt einer kühlen Brise waberten nur Autoabgase herein. Sie hustete und fuhr die Fenster wieder hoch. So ein verdammter Mist! Heute klappt aber auch gar nichts! Fahrt doch endlich mal weiter, ihr Trödelbacken! Tina schlug mit der flachen Hand auf das Lenkrad. Ihr schwarzer Mischlingshund Swat, der bis dahin auf dem Beifahrersitz gelegen und gehechelt hatte, sprang auf und bellte. In seinem imposanten Bart hingen ein paar Speicheltröpfchen und seine im oberen Drittel abgeknickten großen Ohren wackelten im Takt des Bellens. Tina schor ihm jedes Jahr im Frühjahr und im Spätsommer die Haare kurz, was dazu führte, dass er im Sommer eher aussah wie ein Riesenschnauzer, im Winter mit seinem nachgewachsenen Fell eher wie ein Schäferhund mit Bart. Swat beruhige dich! Aus! Schluss jetzt! Swat bellte noch ein letztes Mal und ließ sich wieder auf den Sitz sinken. Tina blickte auf die Uhr am Armaturenbrett. Mist, schon Viertel nach drei. Wenn es hier nicht bald mal weiter ginge, käme sie zu spät zur Arbeit. Wenn ihre blöde Karre schneller angesprungen wäre, hätte sie jetzt nicht so einen Stress. Aber es hatte fast zehn Minuten gedauert, bis der Motor hustend zum Leben erwacht war. Eigentlich brauchte Tina gar kein so großes Auto, aber sie hatte den Wagen von ihrem Bruder geschenkt bekommen, als der sich einen Jeep angeschafft hatte. Und jetzt auch noch der Stau. Heute war aber auch ein Scheißtag. In der Morgensprechstunde waren nur nervige Leute gewesen. Eine französische Bulldogge hätte sie fast in den Finger gebissen und dann war auch noch das EC-Gerät ausgefallen. Doch der Hauptgrund für Tinas schlechte Laune war, dass heute vor genau einem Jahr ihr langjähriger Freund Sven mit ihr Schluss gemacht hatte. Weißt du, Tina, du bist mit deinem Beruf verheiratet und ich habe es satt, immer erst an dritter, vierter oder fünfter Stelle nach deinen Viechern zu kommen, hatte er ihr damals gesagt. Aber das stimmt doch gar nicht. Lass mich ausreden. Wenn du mal ehrlich zu dir selbst bist, musst du zugeben, dass ich recht habe. Und im Bett lief es ja in letzter Zeit auch nicht mehr so doll. Und außerdem habe ich eine andere kennengelernt. Tina schossen vor Wut die Tränen in die Augen, als sie an das Gespräch dachte und sie fasste das Lenkrad so fest, dass ihre Fingerknöchel weiß wurden. Dieses Oberarschloch. Und sie war fest davon überzeugt gewesen, sie hätte die Liebe ihres Lebens gefunden. Eigentlich hatte Tina gedacht, sie hätte die Wutphase hinter sich gelassen und wäre schon in der Ein-Glück-dass-du-ihn-los-bist-Phase angekommen. Doch anscheinend hatte sie gerade einen Rückfall. Der einzige Lichtblick war, dass sie sich am Abend mit ihrer besten Freundin Mareike verabredet hatte. Sie wollten zum Koreaner, der seit Neuestem eine Happy Hour anbot und ein paar Cocktails schlürfen. Bei Tina lief es normalerweise darauf hinaus, dass sie nach dem ersten Mojito müde wurde und nach dem zweiten einschlief. Zum Glück wohnte Mareike mit ihrem frischgebackenen Ehemann Costa schräg gegenüber des Restaurants und hatte Tina ihr Gästezimmer angeboten. Endlich setzte sich die Schlange in Bewegung. Doch der dänische Mazda vor ihr blieb stehen. Was ist los? Tina hubte. Jetzt fahr schon, du schnarchgesichtiger Wikinger. Es gibt Leute, die müssen pünktlich bei der Arbeit sein. Kurz nach Beginn der Sprechstunde öffnete sich die Tür zum Wartezimmer mit einem lauten Ding-Dong, dicht gefolgt von einem heftigen Klopfen an der Tür des Behandlungszimmers. Tinas angestellte Sanne runzelte die Stirn, sodass ihr Augenbrauenpiercing zuckte. Immer mit der Ruhe, sagte sie und öffnete die Tür. Ein Mann um die 60 mit Halbglatze, der einen Hund auf dem Arm trug, drängte sich an Sanne vorbei. Das ist ein Notfall, sagte er. Tina warf einen Blick auf den Hund und deutete auf den Behandlungstisch. Legen Sie ihn hier hin. Der Mann ließ den Hund etwas unsanft auf den Tisch gleiten und Tina sah, dass sein kariertes, kurzärmeliges Hemd und sein Arm blutverschmiert waren. Passen Sie doch auf, rief sie und konnte den Kopf des Hundes gerade noch auffangen, bevor er auf dem Tisch aufgeschlagen wäre. Was ist passiert? Ein Autounfall? fragte sie und begann den braungestromten Greyhound zu untersuchen. Wir vermuten es, erwiderte die rundliche Frau mit blond gefärbter Dauerwelle, die sich hinter dem Mann in den Behandlungsraum gedrängt hatte. Wir haben ihn kurz vor Dersau an der Straße gefunden, fuhr der Mann fort. Wir wohnen in Dersau, wissen Sie, ergänzte die Frau, direkt gegenüber dem Restaurant. Also ist es gar nicht Ihr Hund? erkundigte sich Tina. Um Gottes Willen, so ein Köter kommt mir nicht ins Haus. Der Mann schüttelte den Kopf und hob abwehrend die Hände. Wir schätzen, dass sie von Gut Finkenstein kommt. Ich habe auf der Fahrt hierhin schon dort angerufen, sagte die Frau. Stimmt, auf dem Gut werden Greyhounds gezüchtet, Sanne strich dem Hund über das braungestromte kurze Fell. Er ist ja ganz kalt. Sie warf einen Blick unter den Bauch des Hundes. Sie, es ist ein Mädel. Wissen Sie schon, was sie hat? Sie wird es doch schaffen, oder? fragte die Frau. Schon als der Mann die Hündin auf den Tisch gelegt hatte, hatte Tina zwei blutverkrustete Wunden bemerkt. Bis jetzt weiß ich nur, dass sie eine Wunde an der Brust und eine am Oberschenkel hat. Renate, lass uns endlich los. Ich verpasse noch das Snooker-Turnier auf Eurosport. Gleich, Heinz. Die Frau blickte Tina auffordernd an. Nun machen Sie schon weiter. Sie hören ja, Heinz will nach Hause. Ich will sie nicht aufhalten, erwiderte Tina und merkte, dass sie sauer wurde. Ich will aber wissen, was sie hat. Tina zuckte mit den Schultern und maß die Temperatur der Hündin. Untertemperatur, stellte sie fest. Sie blickte zu Sanne, die nickte. Ich mache die Wärmematte fertig, sagte sie und verschwand in Richtung des Käfigraumes. Tina kontrollierte den Kreislauf und die Atmung. Die Hündin hatte sich auf die Seite gelegt. Nur an den Bewegungen ihrer braunen Augen, die Tina ängstlich anblickten, sah sie, dass das Tier bei Bewusstsein war. Noch. Tina spritzte Medikamente gegen den Schock, nahm Blut für einen großen Check-up ab und legte einen Tropf an. Während die Flüssigkeit in die Vene des Hundes tropfte, untersuchte sie das Hinterbein. Die Hündin jaulte auf und hob den Kopf, als Tina das Bein bewegte. Sie streichelte ihr sanft über den Rücken und die Hündin ließ den Kopf wieder auf die blaue Matte des Behandlungstisches sinken. Sie atmete tief ein, stöhnte und schloss die Augen. Ist es gebrochen? erkundigte sich die Frau. Ich werde sie röntgen müssen, um es sagen zu können. Tina nahm sich mehrere Tupfer und eine Flasche mit Desinfektionsmittel und begann, die dicken Krusten geronnenen Blutes am Hinterbein abzuwischen. Mitten im Oberschenkel war eine tiefe, rundliche Wunde zu sehen, aus der es wieder anfing zu tropfen, als Tina die Blutkrusten entfernte. Merkwürdig, sagte sie und begutachtete die Wunde genauer. Was denn? fragte Sanne, die zurück ins Behandlungszimmer gekommen war. Ich habe nur gedacht, dass es eine ungewöhnliche Form für eine Wunde ist, die durch einen Autounfall verursacht wurde. Sie lag am Straßenrand, oder? fragte sie den Mann. Ja, direkt neben der Straße. Heinz musste sogar einen kleinen Schlenker machen, um sie nicht zu überfahren, antwortete die Frau. Sie drängelte sich neben Tina, um einen Blick auf die Wunde werfen zu können. Eine Wolke ihres Penetrant nach künstlichem Lavendel duftenden Parfüms waberte in Tinas Nase und sie verzog unwillkürlich das Gesicht. Was meinen Sie denn, was sie hat? Das weiß ich noch nicht. Das Röntgenbild wird uns genaueres sagen. In dieser Tierarzt-Serie kennen Sie Tierärztin Dr. Sabine Martens? Die gucke ich immer total gern. Also da weiß die Frau Doktor immer sofort, was los ist. Die ist wenigstens kompetent. Tina drängte die Frau etwas unsanft zur Seite. Sie wissen schon, dass das ein Film ist, oder? Im echten Leben ist es nicht damit getan, einen Blick auf das Tier zu werfen und sofort die Diagnose parat zu haben. Die Frau blickte Tina zweifelnd an. Vielleicht hätten wir den Hund doch zu dem Tierarzt am Bahnhof bringen sollen, zu diesem Doktor. Wie heißt der noch, Heinz? Der hat so einen lustigen Namen. Kater, Dr. Kater. Genau, der wüsste bestimmt schon, was der Hund hat. Die Frau piekte mit ihrem Zeigefinger in Tinas Richtung. Tina sah, dass der rosafarbene Nagellack anfing abzublättern. Sie verdrehte die Augen. Was für eine unsympathische Frau? Ist doch egal, was der Köter hat. Ich verpasse das Finale, wenn wir jetzt nicht endlich losfahren, sagte der Mann. Ich will sie auf gar keinen Fall länger aufhalten. Snooker ist ja so viel wichtiger als ein Hund, sagte Tina. Haben Sie eine Telefonnummer für uns, falls wir sie erreichen müssen? Wir müssen die Rechnung aber nicht bezahlen, oder? Fragte der Mann, während er seine Nummer auf einen Zettel schrieb, den Sanne ihm hingelegt hatte. Ich habe Renate gleich gesagt, wir zahlen die Behandlung nicht. Ist ja schließlich nicht unser Hund. Er sah Tina mit einem lauernden Ausdruck an. Natürlich nicht. Wenn sie vom Gut kommt, werde ich die Rechnung dorthin schicken. Aber wenn sie nicht von Finkenstein kommt? Dann versuchen wir, den Besitzer zu finden. Danke, dass Sie sie hergebracht haben. Tina sah die Frau an und diese verzog den Mund zu einem schmaligen...